Ich rücke vor! Ich rücke vor! Was hast du in der Anschluss noch im Prezi, das? Ah, fack, 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 fack! Wir haben den Autos unterwegs. Es ist noch nicht vorbei! Noch einer? Liegt da noch einer, Angelo? Nein, der ist tot. Ja, ja, komm. Ein Grund muss ich bleiben. Wir müssen die Sicherheitszone erreichen! Pass auf, das Gas ist viel stärker. Ja, ja, der haut ab, haut ab. Also nicht abhaut, mein ich, um zu meinen Tiefahren zu bleiben. Ah, fack, 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 fack. Wir müssen die Sicherheitszone erreichen! Kontakt! Entschuldigung. Ja, ja, der ist entreditert. Alter geil, naja, der Angelo war ein paar Mal wieder. Maschine. Ey, das war schon richtig abgebixt, ey. Alter, echt richtig geil, ey. Ohne Scheiß, war richtig geil zu gucken auch. Hallo, wie waren die Maskotten hier?